Sie sitzen im Moment im schlimmsten Gefängnis der ganzen Welt. Ich sollte dich sofort umlegen. Wenn Sie hier noch länger bleiben, sind Sie bald ein toter Mann. Sie werden auch draußen tot sein, es sei denn... Es sei denn was? Eine amerikanische Staatsbürgerin wurde entführt. Sie wird seit 18 Monaten in einem Lager am Schwarzen Meer gefangen gehalten. Vlado Karatschow. Er nennt sich selbst ein Warlord. Er ist ein Freund von General Drago. Dem Schlechter von Sobrewski, im Vergleich zu dem ist Milosevic geradezu harmlos. Was haben Sie sonst noch? Ich bin hier, um Sie zu retten. Ich bin gar nicht entführt worden. Ich arbeite für die amerikanische Regierung. Es ist eine Spezialabteilung der CRE. Wir wollen die Frau. Feuer! Ich habe ein Spitzenangebot für die Frau. Sie gehört mir, Drago. Nur dafür leben Sie nicht lange genug. Beobachtung. Beobachtung. Lebend. Beobachtung. Die Frau.